Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hausfüllbars. Also wenn ich mich gerade nicht irre, haben wir das ganz große Haus verkauft letztes Mal? Oh Mist, haben wir euch voll Mist. Ich glaube den haben wir schon komplett mit Rasen gemacht, genau. Ist das hier? Ja. Genau, das ist der Garten, wo ich überhaupt absolut gar keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Also weniger wie überhaupt nicht. Das heißt, wir gehen erstmal zu diesem Haus. Ich glaube sogar schon fast, dass das zum Großteil fertig war, oder? Ja. Was guckt denn da durch? Was? Das soll ja so ein einfaches Haus sein für den... Für den vierten. Nee, Tablet. Eigentlich ja für den hier. Heiße Quellen sind in meiner Heimat sehr beliebt. Keine Sauna. Nichts erblieb vielleicht? Was mich jetzt so nervt ist, dass... Weil der hier hat schon... Der hier, ne? Der hat schon zwei. Das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Das ist natürlich ärgerlich, aber... Na gut. Also, was für einen Garten machen wir? Hier. Das ist jetzt für den... Buch? Nee, da. Ach, das kommt... Äh... 14,5 raus. Also... Gar nicht mehr so lange. Immer grün? Nee, das bringt nichts mehr. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Jetzt habe ich gerade Nudeln gegessen mit Käse-Sahne-Sauce. Das ist eigentlich einen ganz trockenen... Na ja, komischen Hals. So. Hier hinten soll nur ein kleiner Pool. Oh Gott. Die sind alle so riesig. Das ist ein bisschen schale. Das ist alle so riesig. Das ist alles so riesig. Oh. Hä? So. Yeah. Alter. Gut. Nein. Ich möchte auch mal kurz gucken, wie das aussieht. Also wirklich komplett normal. Ich finde die die Fußballplatten ganz geil von dem. 0-200 Decken. Gibt's bestimmt nicht. Ich glaube, das sind nicht die hier. Aber... Aber... Okay. Nein, ich wusste es. Weil manchmal springt er irgendwie nochmal so kurz. Ne, da würde ich lieber ein... Nochmal ein kleinere Stückchen nehmen. Ah! So... Alter, ich hab schon was getrunken. Ach ja... Moment mal, gibt es hier Palmen? Äh... Ach, hingepackt ist fertig. Okay. So... So... Alter, Leute. Zack, zack, zack. Alles kommt hier hin. Bin mal spannend, ob es jetzt hier noch die kleinen gibt, sodass ich das ein bisschen nochmal anpassen kann. Ja, die sind zu groß. So... Naja... Reicht da von der Größe her. Also... Als nächstes suchen wir jetzt mal diesen Sonnenschirm. Warte mal. Einfach mal eingeben. Sonnenschirm. Sonnen... Hm. Hm. Äh... Verdammt, wie heißt das? Äh... Huch. So. Hm. 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 Schmuck... Na. Na. So. Hier. Nee. Erholung. Ah. Regenschirm. Na ja. Gut. Ja. Doch, das ist der. Eig�ル wifi, aber ich hab jetzt her. Das ist das wochen. Owen. Ernsthaft jetzt? Okay, das ist... ...dumm gemacht. Hä? Hm. Kann ich jetzt hier auch nirgends für packen? Jetzt? Ach ja. Na mal gucken. Gut. Jetzt brauchen wir nochmal... Ne, Quatsch. Die Tische. Tische, Tische, Tische... Da. Eh. Hm. Hm. Ja. Ein bisschen nach hinten vielleicht. Ja. Gut. Die dazugehörigen Stühle... ... 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 Schade. Hab ich noch nie gebaut. So. Gut. Dann erstmal auf jeden Fall fürs Zuschauen, abonniere mich, gib da noch um und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.